Hallo, ich bin der Typ von NextGenGames. Wir befinden uns jetzt in Part 4 vom Let's Play Portal und werden jetzt zusammen die Testkammer 18 erstmal erkunden. Mal schauen, wie weit wir da kommen und eventuell dann noch die Testkammer 19. Ich will aber sehen, dass ich mich wieder auf 15 bis 20 Minuten beschränke und das Ganze ist ja mittlerweile doch relativ knifflig geworden. So, ich wünsche euch viel Spaß und wie gesagt, ich hoffe, das klappt alles ganz gut. Oh, das ist aber, das ist aber mies. So, wie komme ich denn da jetzt? So, ne. So, und nun? Durch die Wand, oder? Warte mal, kann man hier auch? Ah! Ja, man kann. Ähm. Und nun? Da oben. Da oben und? Hier unten? Ne. Hä? Ne. Warte mal. Ähm. Ist hier unten ein? Oh, ne. Da dürfe ich nicht runterspringen. Obwohl, warte mal. Warte mal. Ich hoffe mal, das G funktioniert. Hat es? Ja, es hat. Wunderbar. Das ging ja gar nicht so schwer. So, jetzt müsste ich da rüber, glaube ich. Oder? Warte mal. Hier, was ist hier? Was ist hier? Was ist? Ne, da komme ich her. Ja. Ist hier noch irgendwas? Ne? Ne. Gut, dann gucke ich mal. Ja, das ist ja eigentlich relativ simpel im Moment. Hui. So. Und nun? Wieder ein Stock höher. Äh. Da hinten. Hui. 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 Ah. So. Ja, da müssen wir durch. Ist aber noch gesperrt. Das heißt... Ich muss da rüber. Ähm. Ah, da ist ein Knopf. Okay. Ja, ich vermute mal, das läuft wieder über die Beschleunigung. Jetzt muss ich nur mal schauen, wo kann ich denn hier Beschleunigung bekommen. Ah, okay. War das jetzt richtig? Ja. So. Und? Hui. Ah. Ja, da ist der Knopf. Also, wenn wir da rauf gehen, die Tür auf. Also, da muss irgendwas draufgestellt werden. Ein Würfel oder ähnliches. So, was haben wir hier? Ah. Oh, Gott, war ich jetzt erschrocken. Ihr miesen, kleinen Drecksäcke. So. Euch kriege ich auch. Aber wie? Wie kriege ich euch? Was haben wir denn hier? Ähm. So. Ich vermute mal, dass das so ähnlich abläuft wie in dem Korrupt-Modus. Den wir hier jetzt gerade die Tage gezockt haben. Ist das da jetzt nicht durchgeflogen? Doch. Es fliegt durch. So. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja. Einer ist weg. Wunderbar. Und da hängt gerade Portal. Das ist ja reizend. So. Geh ich mal ins Menü und wieder raus. Jetzt geht's wieder. Manchmal hilft's wirklich. Es ist schon amüsant. So. Hä? Sind die jetzt beide weg? Ne. Boah. Sind sie nicht. Ich muss wieder rein. Ah. Ich muss wieder rein. Bleib auf. Los, setz dein Laser dahin. Los jetzt. So. Flipp. Und rein. So. Ja, jetzt schießt du noch, Freund. Jetzt schießt du noch, ne? Aber nicht mehr lange. Dann bist du platt. Guck mal, was da geflogen kommt. Äh. Toll. Es trifft nicht. Ist ja reizend. Warum trifft es denn jetzt nicht? Zu weit drüben, ha? Muss ich nochmal warten. Äh. Äh. Lalalala. Komm, flieg durch jetzt. So, jetzt aber los. Hol's ihn weg. Jawoll. Oh. Der Arme. So. Was haben wir denn noch hier? Und da haben wir noch einen? Da haben wir noch einen. So. Bumm. Tschüss. Und ihn will ich auch noch loswerden. Das heißt, warte mal. Wo zieht der hin? Er zieht da hin. So. Und. 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 Tschüss. Hui. So. Haben wir noch irgendwo einen? Och, Portal. Was ist denn hier los? Hallo. Was soll denn das? Ja, also für diese kleinen Hänger mittendrin. Keine Ahnung, was hier los ist. Was das soll. Ich wiege mich mal wieder an Unschuld, solange es ja weiter geht. Soll es mir recht sein. Äh. Gut, also lass uns mal überlegen, wir haben hier eine Plattform, womit ich da irgendwie rüberfahren muss. Aber da fehlt mir ein Knopf. So ein Betätigen der Plattform oder ähnliches. Ah, hier, da, da, da muss ich jetzt die Teile reinfeuern. Äh. Moment mal. Da ist aber eine Klappe. Hm. Was ist das denn? Was ist das? Könnte das? Sieht aus wie ein... Oh nein. Das ist der Knopf Hilfe. Puh. Oh Mann. Da hab ich was angefangen mit Portel. Portel. Mit Portel. Genau. Portel. Es heißt Portel. Weiß Bescheid. So. Okay. Jetzt brauch ich... den... da. Dann schnell dahin. Ja. Es muss aber... Anders geht's nicht. Es muss eigentlich so gehen. Nun gut, probieren wir es. Jawoll. Perfekt. So. Kann man hier... Ne, kann man nicht. Dann schieße ich da toll. Das hat's gebracht. Schieße ich das erstmal woanders hin. So. Jetzt fährt hoffentlich die Plattform. Jawoll. Jetzt komme ich hoffentlich auch zu dem Würfel da drüben. Hopp. Waah. Nicht runterfallen. Aber wie kriege ich denn da die Tür eigentlich wieder auf? Ich hoffe, da ist auch ein Knopf da. so. Häpp. Bö. Oh. Okay. Das geht noch nicht. Schauen wir mal, was der Knopf hier bewirkt. Ah, okay. Da geht die Tür auf. Das heißt... Aha. Warte mal. Die Tür stellt sich schräg. Puh, 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 puh. Ah ja, ich habe eine Vermutung. Ich werde jetzt erstmal schnell da rüber gehen, solange die Tür offen ist. So. So, komm, geh zu. Und geh wieder auf. So. Jetzt versuche ich mal was, weil... Das Spielchen kennen wir ja schon mit Beschleunigung etc. Ja. Wie? So, und jetzt werde ich nämlich... Genau. ...rübergeschossen. So, jetzt nehmen wir den Würfel. Und... ...machen was? Hüpfen da rauf, oder? Hopp. Ja. So. Der muss jetzt erstmal hier rüber. Häpp. So, jetzt fahre ich wieder da rüber. Und dann aktiviere ich nämlich da unten nochmal den Knopf. Gehe wieder da rüber. Beziehungsweise da rüber. Oder doch lieber oben drauf. Lieber oben drauf. So. Und... ...mache das Tor auf und gehe nämlich mit dem Würfel durchs Tor. Gut, oder? Hopp. So. Bleib bloß offen. Bleib offen. Brav. Ha. Ist das nicht genial. Bin ich nicht wirklich extrem intelligent? Ne, eigentlich nicht, aber egal. So, jetzt muss ich nur schauen, dass ich da wieder irgendwie rüberkomme. Huih. Oh, oh, oh. Wah. Ne, das war nix. Okay, ich bin doch nicht so intelligent, wie ich dachte. Ähm. Da muss man doch irgendwie rüberkommen. Da, hm? Ah, es konnte nicht funktionieren. So, jetzt aber. Huih. Hä? Hui. Hä? Bäh. So. Etwas so. Wunderbar. Ja, ich glaube, das könnte schon... Ne, es geht noch weiter. Wo bin ich denn jetzt? Hauf mich zu beobachten. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten. Hast du Pech gehabt. Verstören Sie keine wichtigen Tessapparate. Ist da wieder Wasser? Ne. Äh. Okay. Ich vermute, das brauche ich noch. Ja, und ich glaube, ich ahne schon wie. Und das wird lustig. Also, ich muss mich jetzt immer weiter nach oben katapultieren, so wie es scheint. Das heißt, wir springen jetzt hier rein. Hui. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Und schießen da ein Pottel hin. Nein. Mist. Mist. Hä? Was ist denn hier los? Ne. Das funktioniert gerade nicht so, wie es soll. Wo bin ich? Hilfe. Hilfe. Hä? Hilfe. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh ne, na? Oh ne. Das wird nicht funktionieren. Kann es sein, dass ich jetzt irgendwie festsitze? Oh. Ist egal. Ich bin eh tot. Also. Ich hoffe mal, es geht unten wieder los. Ja. Oh nein. Eh, warte mal. Es war ja, glaube ich, sogar... Nein! Nein, es war nicht richtig. Das war auch nicht richtig. Halt die Schnauze. Gut. So. Und los geht's. Hui. Oh. Toll. Oh ne, na? Ja, ich glaube... Ich habe die Befürchtung. Warte mal. So. Hüpp. Hui. Ja, das ist jetzt gerade etwas ungünstig. Warte mal. Ich muss da irgendwie... Irgendwie wieder hochkommen. Nee. Ah. Hehehe. Toll. Ist ja reizend. Es ist herz allerliebst. Wirklich. Und so. So, jetzt aber. Nee, nicht schon wieder. Ah. Ich laufe immer zu weit, Leute. So. Jetzt aber. Auf geht's. Jetzt schaffe ich das auch. Ich kriege noch die Krise hier. So. Machen wir mal einen hier auf... Selbstzuizid. Halt die Klappe. Es ist nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt hier im Gang, wo wir eben schon mal waren. Aber wen interessiert das? Kein. So. Also. So, jetzt aber. Bitte. 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 Oh, guck mal. Das Potl war sogar noch da. Hui. Jetzt aber. Jetzt. Oh nein. Nein. Ich halte es nicht aus. Das... Wieso fliegt er denn jetzt nach links? Blöd, Mann. So. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Oh, es hat funktioniert. Es hat gefunktioniert. So. Jetzt muss ich schnell schalten. Hä? Wo ist es denn jetzt? Ach, da. Okay. So. Äh. Sheet. Ja. Das ist sehr schön. Ich halte es nicht aus. So. Komme ich jetzt hier irgendwie weiter, ohne jetzt den kompletten Weg nochmal neu laufen zu müssen. Das wäre nicht schlecht. Nein, tue ich nicht. Ja, das ist ein sehr spannendes Let's Play. Ihr merkt es schon. Also, ich muss mich mit dem Schießen abwechseln. So viel habe ich jetzt rausgefunden. Nee, nicht daneben. Arrrr! Okay, sag mal. So. Einmal. Und los. So, ich brauche das Blaue. Ich brauche das Blaue. Das heißt, wir schießen... Nochmal mit dem Blauen. Sag mal! Ich werde gleich grantig hier. Ich glaube, diesmal hat es geklappt. Jawohl. So, das heißt, jetzt brauche ich Orange. Ich brauche Orange. Da ist es. So. Jetzt warten wir kurz. War das was? War das denn was jetzt? Hilfe, es irritiert. So. Hm. Hm? Geklappt? Nee, nicht geklappt, weißt du. Jetzt müsste es aber geklappt haben. Oh, ist das hoch. Hilfe. Ja. Und jetzt? Ach du liebe Zeit. Ja, dann schauen wir mal, dass wir die Schräge noch irgendwie treffen da drüben. Perfekt. Sehr gut. Perfekt. Hey! 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 Guck mal, ich habe gepackt. Ich freue mich jetzt so dermaßen, dass ich noch etwas hüpfe. Huchst du, ich bin ein Häschen. Gut, Spaß beiseite. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Aufzug und fahren mal in den 19. Stock. Die, 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 die. Ja, Hotel-Sound sag ich nur. So, wir sind im 19. Stock. Und ich würde sagen... Willkommen beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Ja, ich würde sagen, ihr seht es ja selber hier, wir sind jetzt vor der 19. Testkammer im 19. Stock, wie auch immer. Das kommt dann im nächsten Video. Ich hoffe mal, das waren jetzt höchstens 20 Minuten. Es hat ja doch sehr stark aufgehalten. Mal gucken, wie lange dann die Testkammer 19 dauert. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und sagt mal bis zum nächsten Let's Play Portal. Macht's gut, Leute. Tschüss.